Gessin, ca. 60 Einwohner, eine kleine gemütliche Ortschaft im Südosten der Mecklenburgischen Schweiz und ein wichtiger Netzknotenpunkt für den Handel mit Produkten innerhalb der Region. Hier hat sich die Regionalvermarktungsinitiative Die Meck Schweizer gegründet, aus der inzwischen eine Genossenschaft erwuchs. Ziel der Initiative ist es, die Logistik zwischen Erzeugern und Händlern zu vereinfachen, aufzuzeigen, welche regionalen Produkte existieren und wo sie zu beziehen sind. Helfen soll dabei eine Internethandelsplattform, die der Regionalvermarktung als neues Netzwerk dient. Auf dem Internetmarktplatz begegnen sich Angebot und Nachfrage von regionalen Erzeugnissen, Das heißt, regionale Produzenten, das können Gärtner, Landwirte, Fischer oder auch Bäcker, Fleischer aus der Mecklenburgischen Schweiz sein, stellen ihr Angebot ein. Und Nachfrager wie Einzelhändler oder Gastronomen können dort regionale Zutaten beschaffen und einkaufen. Die Meck Schweizer vermitteln nicht nur, sondern liefern auf Wunsch auch die Produkte vom Erzeuger zum Händler oder Gastronomen. Wer auf regionale Produkte setzt, schont die Umwelt durch kurze Transportwege. Um die Nachhaltigkeit dieses Konzepts zu erhöhen, setzen die Meck Schweizer ganz auf den Elektroantrieb. Mithilfe von Förderungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurde hier eine neue Schnellladestation installiert, die sowohl den elektrisch betriebenen Kühlwagen für seine täglichen Touren mit Energie speist, als auch den durchreisenden E-Mobil-Besitzern einen Platz zum Auftanken bietet. Wir haben uns also überlegt, wie kriegen wir das Fahrzeug oder bekommen das Fahrzeug relativ schnell wieder aufgeladen. Wir haben die Mittagspause, die Frühstückspause, also wir haben Zeiträume von 20 bis 30 Minuten. Und unsere Überlegung ist also dahin gegangen, dass wir eine Schnellladesäule haben, die also direkt Gleichstrom in das Fahrzeug hineingibt. Ja, und so können wir also in 20, 30 Minuten sagen, unsere Fahrzeuge sind wieder flott. In den sonnigen Monaten wird die Energie allein aus Photovoltaikanlagen generiert und im Pufferspeichersystem vorrätig gehalten. 125 Kilowattstunden können so gespeichert werden. Auch hier wurden Anschaffungen und Installationen dank Förderungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung realisiert. Also die Investitionen sind doch erheblich, weil ja die Technologie relativ neu ist und ohne Förderung wäre es uns einfach auch nicht möglich gewesen, das wirtschaftlich darzustellen. Nicht ohne Stolz wissen die Mex-Schweizer zu berichten, dass bereits im ersten halben Jahr hier eine Energiemenge erzeugt wurde, die der Tagesproduktion eines Atomkraftwerks entspricht. Würden nur ein paar Menschen mehr auf derartige Energiegewinnung setzen, wäre dem Klima sehr geholfen, so die Regionalnetzwerker. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Vielen Dank.